Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben schon häufig über diese Themen geredet. Insofern kann man es heute vielleicht etwas kurz machen und aufs Wesen kommen. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind unser wichtigstes Instrument für eine soziale Wohnungspolitik. Und es gibt für den Gesellschafterland Berlin wirksame Mittel, die städtischen Unternehmen in diesem Sinne zu steuern. Das Mietenbündnis in Form einer Kooperationsvereinbarung hielten wir von Anfang an nicht für so ein optimales Mittel. Eine direkte Steuerung durch die Gesellschaft wäre möglich und wäre besser. Das würde bedeuten Konkretisierung der Unternehmensziele verbunden mit einer Eigenkapitalstärkung und konkreten wohnungspolitischen Vorgaben. Was tut aber der Senat stattdessen? Er erlaubt eine Eigenkapitalentnahme von 175 Millionen Euro. Er erhöht den Verschuldungsrahmen der Unternehmen um 600 Millionen Euro und bezeichnet das als Eigenkapitalerhöhung. So jedenfalls der Kollege Graf am Tag der offenen Tür hier letzten Samstag. Da ist es ja kein Wunder, dass die Gesellschaften Abstriche machen müssen bei ihren Bauvorhaben und an der Mietenschraube drehen. Dass SPD und CDU unsere beiden Anträge ablehnen, liegt ja an ihrer Koalitionslogik. Dass sie sich aber nicht mal die Mühe machen, eigene Positionen zur notwendigen Evaluierung des Mietenbündnisses und zum mieterfreundlichen Wohnungstausch zu formulieren, das ist doch eine ziemlich schwache Kür. Das Mietenbündnis ist seinerzeit im September 2012 mit großem Tamtam gestartet worden. Wir erinnern uns, es war seinerzeit auch die Voraussetzung für zehntausende Mieterhöhungen, die kurze Zeit später in viele Berliner Haushalte flatterten. Bitte nochmal wirklich sich ein bisschen zu disziplinieren. Ich versichere Ihnen hier drin, es ist wirklich angenehmer als draußen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei diesem Mietenbündnis von Anfang an weit auseinander. Die verabredete Begrenzung der Mieterhöhungsmöglichkeiten im Bestand und nach Modernisierung ist viel zu gering, als dass sie tatsächlich mietdämpfend wirken könnte. Die Härtefallregelung erwies sich in mehrfacher Hinsicht als unzureichend. 30 Prozent des Einkommens für die Netto- Kaltmiete sind viel zu hoch. Die Beschränkung auf Haushalte mit sehr geringem Einkommen, nämlich nach der Einkommensgrenze des Bundes, schließt viel zu viele Menschen aus. Und insbesondere die Vorgaben für angemessene Wohnungsgrößen erweisen sich in der Praxis als kaum anwendbar, gerade im Altbaubestand. Hier sollte künftig nicht die Flächengröße maßgeblich sein, sondern stattdessen gelten ein Raum mehr als Personen im Haushalt, so wie im Pankower-Rahmenvertrag mit der Gesobau vereinbart. Eine sehr große Schwachstelle dieses Mietenbündnisses ist die Miethöhe nach Modernisierung. Zulässig ist der Mietspiegel-Oberwert plus fiktive Betriebskosteneinsparung. Da kommt man leicht auf 9 Euro kalt und mehr. Das ist nicht nur für Menschen mit kleinem Portemonnaie zu viel, das überfordert die allermeisten. Die breiten Schichten der Bevölkerung, von denen Sie ja immer sagen, für die sind die städtischen Unternehmen da. Und da haben Sie recht. Dem Pankower Mieter-Protest ist für sein Engagement und seine Aufklärungsarbeit in diesem Zusammenhang zu danken. Und ich bin auch gespannt, wie die Überarbeitung des Mietenbündnisses, die ja auch der Senat angekündigt hat, hier in diesem Themenfeld konkret ausfallen wird. Die Kosten für das Mietenbündnis wurden seinerzeit mit 20 Millionen Euro jährlich angegeben. Errechnet wurden sie, Zitat, aus entgangenen Mieterhöhungsspielräumen. Der erste Evaluierungsbericht spricht jetzt von reichlich sechs Millionen Euro Kosten, was ja wohl bedeutet, dass die Mieten stärker gestiegen sind. Oder anders ausgedrückt, die städtischen Gesellschaften können und müssen mehr tun für soziales Wohnen in Berlin. Und zum Schluss, zum Schluss noch das Thema Wohnungstausch. Angesichts der heutigen Mitteilung in der BBU-Jahrespressekonferenz, dass die Fluktuationsrate auf einen historischen Tiefstand gesunken ist. Das kann ja nur heißen, wer umzieht, hat verloren. Und das gilt eben leider nicht nur in Berlin allgemein, das gilt auch bei den städtischen Gesellschaften. Im Mietenbündnis ist nur festgehalten, dass eine, hören Sie mal zu, das steht da drin, eine mindestens zehn Prozent kleinere Wohnung darf nicht teurer sein als die bisherige Wohnung. Das ist die Regelung im Mietenbündnis. Da kann man sich dann ehrlich gesagt nicht wundern, dass die Nachfrage nach dem Wohnungstauschpool jetzt irgendwie nicht so groß ist. Und es kann nicht sein, dass die städtischen Unternehmen auch die Möglichkeiten nutzen, Neuvermietungszuschläge zu erheben oder alte Mietverträge nicht fortzuführen. Ich finde, Sie müssen hier Vorbild sein und Sie müssen vom Senat entsprechende Vorgaben erhalten. Deshalb bitte ich Sie, unseren Anträgen zuzustimmen. Vielen Dank.